So, jetzt können wir uns auch mal zur neuen Welt. Ort hat's verbotene Lande. Geht ganz schön weit. Hier gibt's ein New Level. Verbotene Feuerlande. Das gemalte Feuergegner haben wir gesehen. Was schönes kriegt ihr. Cool, cool. Okay, Straßen, okay. Ich muss noch ein bisschen gucken. Hier geht's nicht weiter. Ich muss noch ein bisschen gucken. Ach du Scheiß, ich muss noch ein bisschen aufpassen. Auf Meteoriten oder was? So, du. Was? Siege zwei spähende Kleppis. Ah. Okay. Ne, ich dachte da ist irgendwas. Warte mal. Ne, ne, ne. Gut. Wir müssen ja alles gucken ja. Mal gucken, wie die hier auf den Aussichtsturm stehen. Mal gucken, wie die hier auf den Aussichtsturm stehen. Mal gucken, wie die hier auf den Aussichtsturm die kapsel aber manche stellen muss mich etwa ein ja oben ist der zweite Speer so bam jungen so den kläffig Speer haben wir gesicht Ah! Wird letzter! Hier! Ah, 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 ah! Ich hab die auch verpassen können! Wie war das der Erste? Ah, gut! Den werde ich mal mitnehmen? Ich glaube nicht, dass der hier um drin steht, in der Ecke. Ich hab nur was versucht, ob der unter der Lama durch kann, ey! Das nischt? Hier ist ja hier, da ist ja auch was. Ist nischt? Ja, da ist doch der Boss hier! Warte, bloß wehen Münzen, aber naja, das ist ja nicht so! Oh, da, da, da! Was ist denn da? So, ist dasselbe! Oh, da, da, da! Oh, da, 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 da! Halt, 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 da oben! Äh... Da hin, oder? Du musst du später sinken, oder? Äh... Also, das verpasste mal auf jeden Fall schon mal, aber... Keine Ahnung, wie ich da jetzt hätte hinkommen sollen. Oh, hab ich jetzt schon... Mensch! Ich hab mir kurz in die Woche in die Woche in die Woche da! Ja, ich hab jetzt noch mal in die Woche da... Was ist denn ein Waddle, die ich verpasst? Ah, kein Gang. Ich glaube, wir haben neue Waddle, die haben wir schon. So, jetzt müssen wir. Okay, wir müssen bei 1. Nein! Scheiße! Vielleicht nochmal raus. Natürlich muss ich erst die unteren nehmen. Wer ist da denn da hinten? Okay. Oh. Nein, die Game-Moddy verpasst. Nein, aber irgendein Ziel. Oh, jetzt können wir es löschen. Gut. Freue, lehre Mann! Klinzi! was zerstöre sie wow da komm ich jetzt nicht mehr ran ah scheiße wow das soll ich ja wissen oder was das ist der in dem wotel die da da haben wir noch eines zu tun jetzt das ist da wo die kiste um steht schrank stopp für kirby kirby hat zugebracht den vollstopp-modus nachdem er in der wöre kattierte und kann sich nur noch mit schränken vollstoppen dieser gestalt den kirby rumbackelnd bis er umkippt und oh da hat wohl jemand etwas hinter dem schrank versteckt aber das ist schon das heißt nicht man kann auch doppelte gehen dass du erwählst scheiße marsch auf der inferno straße naja machen wir doch schnell noch da sind boden die da rechts sind keine passage und du brauchst das da haben wir es doch da haben wir es doch so eine kapsel mann was ist denn ich da sind wir es doch da sind wir das das ist das die die sind die 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 Ich muss hier ja reinwählen. Was ist ja da, Mama, das war ja auch nicht weiter. Sieben Feuerkugeln zerstören irgendwie Warte mal, kann ich irgendwie Nein, Jut Okay Ich dachte das jetzt Ich dachte das jetzt Ich dachte das jetzt Ey was, wie würdest du das schaffen? Feuerbälle kommen jetzt nicht mehr Das ist ein Scheiß Ey, so ein Mist Ich dachte das jetzt Wie beiden. Ja. Oh. Huh. Jetzt. Geht doch. Die zerstören müssen vorausschlafen. So 1, 2 Level müssen gucken. Schauen wir mal. Ja. 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 Ja.